Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Mein heutiger Gast, Dr. Georg von Wall-Witz. Hallo nach München, hallo und einen wunderschönen guten Abend, Georg. Hallo Oliver, schön mit dir hier zu sitzen. Wir durften uns beide letztes Jahr auf dem Vorkongress kennenlernen. Dein heutiger Mitarbeiter und mein Freund und früherer Kollege Michel Schulz hat uns gegenseitig vorgestellt. Heute soll es ganz besonders um dich als Person gehen. Ich möchte, dass wenn wir heute auseinander gehen, dass unser gemeinsames Publikum anschließend nicht nur den überaus erfolgreichen Fondsmanager kennt, sondern vor allem auch dich, Georg von Wall-Witz, als Privatmensch besser kennengelernt hat und auch besser einschätzen kann. In den letzten Folgen ist es mir, glaube ich, immer wieder ganz gut gelungen und wir haben es auch immer wieder hinbekommen, einige neue Dinge zu erfahren, die die Masse unserer Industrie über meine Gäste noch nicht wusste. Georg, hol den Wein. Es geht um dich. Wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht? Ich habe eine Tendenz zum Weißwein, der ist vom Weingut Kneewitz in Appenheim. Ich bin also kein großartiger Weinexperte, so wie du, aber ich lasse mich immer gerne inspirieren in Restaurants vom Sommelier. Ein Restaurant, was ein Sommelier hat, hat ja sowieso schon mal eine gewisse Aura der Güte um sich und ich rede gern mit Sommeliers und vor einer Weile ist mir das eben empfohlen worden und ich habe es ja ganz gern, dann probiere ich es aus, trinke ihn und stelle fest, der passt mir. Und da bin ich mal hängen geblieben bei diesem Kneewitz-Appenheim, das ist ein Riesling, Goldberg heißt die Lage und das ist einfach ein toller Wein und ich habe mal in England studiert und da muss man dann in so Societies gehen an Unis, also das soziale Leben der Studenten wird organisiert in Societies und da gibt es die Debating Society, das ist immer die prominenteste und dann gibt es die Sport Society und so weiter und so fort und da bin ich in der Wine Society gelandet und das war immer sehr interessant. Was ich da mitgenommen habe, ist, dass man unterscheiden muss das technische Urteil vom Geschmacksurteil, also man kann sagen, dieser Wein ist toll gemacht und das Terroir passt perfekt zur Traube und er ist gut ausgebaut und ich weiß nicht was, aber dann kann man trotzdem sagen, aber er schmeckt mir trotzdem. Und genauso kann man sagen, das ist vielleicht hier nicht die allergrößte Weintechnik-Kunst, aber er schmeckt mir trotzdem. Und das habe ich mir für das Leben mitgenommen, dass eben dieses Geschmacksurteil doch sehr zu unterscheiden ist vom technischen, vom Können, von ich weiß nicht was. Und bei diesem Kneewitz habe ich mir vom Sommelier sagen lassen, der ist perfekt gemacht und mir schmeckt er. Das ist schön. Da hake ich direkt ein, weil ich das spannend finde, die Geschichte mit dem Sommelier. Bist du jemand, der, wenn er essen geht, gerne so Begleit-Wein-Menüs macht? Ja, aber da habe ich immer Angst, dass ich dann zu viel trinke. Okay. Das haben die Restaurants immer so die Tendenz, etwas mehr auszuschenken. Aber klar, ich habe es ganz gerne, weil es natürlich der Sommelier sich dann auch was dabei denkt. Und das gehört dann schon auch dazu. Also mal so, mal so. Aber es ist eben so ein gutes, sehr gutes Essen ist eben auch ein Kunstwerk. Und der Wein ist eben Teil des Ganzen. Und so, wie man, wenn man ins Museum geht, nicht einen Pinsel dabei hat und die Bilder ein wenig verschönt, so steht es im Grunde auch dem Gast im Restaurant nicht wirklich zu, als wenn es jetzt ein gewisses Niveau hat, da zu sagen, nee, also ich hätte jetzt hier gerne eine Fanta dazu getrunken. Das geht eigentlich nicht. Ja, finde ich gut. Ich beginne in diesem Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung. Jetzt waren wir schon richtig im Thema drin. Und ja, die Zusammenfassung, die hat mich bei dir, das war schon ein bisschen eine Herausforderung, weil ich habe kein Facebook gefunden, ich habe kein Instagram gefunden, ich habe kein Wikipedia gefunden, ein bisschen LinkedIn. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht die Marketingabteilung macht oder ob du das wirklich selber machst. Sag mal den Michel. Genau, aber Gott sei Dank, ich habe jede Menge Einträge über dich bei Google gefunden. Das wird jetzt sicherlich spannend, was ich hier zusammengetragen habe, aber es gibt bestimmt auch die Gefahr, dass ich was Wichtiges vergessen habe und dementsprechend wirst du anschließend natürlich auch darum gebeten, ja, dann nochmal drüber zu gucken und zu sagen, das könnte man auch noch erwähnen. Ich probiere es mal, ne? Ich starte mal und ich probiere es mal und ich hoffe, dass ich dir damit gerecht werde. Philosoph trifft Mathematiker. Beide Fächer hast du studiert. Als angestellter Fondsmanager hast du deine ersten Gehversuche bei der DWS und Hauk & Aufhäuser gemacht, um dann recht schnell in die Selbstständigkeit zu gehen. Seit fast 20 Jahren bist du nun Gründer, Geschäftsführer und Fondsmanager der Vermögensverwaltung Eib Wallwitz und verwaltest ein hohes Vermögen. Du hast diverse Bücher geschrieben. Seit vielen Jahren fährst du nach Verona, um in die Oper zu gehen. Letztes Jahr waren wir tatsächlich rein zufällig am gleichen Tag bei der Aufführung von AIDA. Du hast zwei Reihen vor uns gesessen. Der Fonds, welchen du verwaltest als Lead Fondsmanager, ist der Fidros Fund Balance. Deine Investmentberichte sind die mit am meisten beachteten und zitierten Berichte unserer Branche. Skifahren steht im Winter bei dir auch relativ weit oben. Man munkelt. Du bist FC Bayern-Sympathisant. Außerdem wurde mir zugetragen, dass du früher auch selbst Basketball gespielt hast beziehungsweise immer noch spielst, was deiner Größe ja nur gerecht wird, da du ein Gardemaß von gut zwei Metern hast. Bringt das auf den Punkt, Georg? Das bringt so ungefähr auf den Punkt. Da lässt sich natürlich einiges ergänzen. Es sind in der Tat viele so Gewohnheiten dabei. Also dieses Verona, da hat mich mal eine Großtante mitgenommen, der ihr Mann weggestorben ist. Und mit dem war sie immer in Verona und brauchte einen Begleiter. Und da sie dann eben ein sehr schönes Hotel hat springen lassen, habe ich mich da dann reitschlagen lassen und war eben jedes Jahr mit dieser Tante in Verona. Und das hat sich dann eben verselbstständigt. Und heute gehe ich eben mit den Kindern, soweit die Kinder kooperieren, das ist ja nicht immer gegeben, gehe ich mit den Kindern ins selbe Hotel und sitze mehr oder minder auf den selben Plätzen wie seinerzeit mit der Großtante. Und genau, FC Bayern ist auch immer am selben Ort. Und in der Tat, Basketball spiele ich bis heute im selben Verein. Wie ich mit zehn Jahren eingetreten bin beim MTSV Schwabing. Und da mittlerweile natürlich nur noch im Freizeit Basketball nennt sich das. Also es ist keine Mannschaft mehr, es ist mehr so ein Kicken. Und danach freuen sich dann schon alle nicht auf den Wein fürchte ich, sondern da steht dann immer eine Kiste, Tegernseer oder Augustiner. Und dann sitzt man da und das ist immer eine sehr gemütliche Sache. Du hast jetzt schon ein paar Sachen, die wir später haben, auch so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das wird heute richtig, richtig spannend. Also da bin ich gespannt. Beginnen wir mit einer Frage, die sicherlich viele hier bewegt. Von der DWS zu Hauk und Aufhäuser, um dann sehr schnell in die Selbstständigkeit zu gehen. Was hat dich damals zu diesem Schritt bewogen? Also zum Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, ja. Ja, ich meine, das ist bei mir natürlich irgendwo auch so eine Typfrage, weil ich bin so Typ Oberlehrer und ich sage immer allen, wie es richtig ist. Und da war es irgendwie dann nach ein paar Jahren klar, dass das in großen Organisationen nicht mein Ding ist, weil ich auch meinen Vorgesetzten, den ich im Nachhinein auch Abbitte leisten muss, also ich war sicher kein einfacher Angestellter, also denen habe ich eben auch immer die Tendenz gehabt, zu sagen, wie es richtig geht. Und dann muss man sich eben irgendwann selbstständig machen, wenn man es andauernd besser weiß. Und dann habe ich mich umgehört bei Freunden und ich weiß nicht was im Umfeld und letztlich auf dem berühmten Bierdeckel mal ausgerechnet, was braucht man denn, um sich selbstständig zu machen. Und man braucht ja nicht so wahnsinnig viel. Es muss nicht immer der Blumenberg dastehen. Alle Infos, die man im Blumenberg hat, hat man im Grunde auch im Netz irgendwo frei verfügbar. Man muss sich nur zusammensuchen. Und es muss auch nicht immer das Büro in der Maximilianstraße in München sein. Das geht schon auch von woanders. Und also im Grunde braucht man nicht so wahnsinnig viel, um sich selbstständig zu machen. Das ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders. Heute ist natürlich die Hürde, über die man springen muss bei der Aufsicht, höher. Das war vor 20 Jahren, war das natürlich noch ein bisschen wenig. Und dann war das einfach so ein Experiment auch mal. Man muss es dann halt einfach auch mal ausprobieren. Und ich habe diesen gewissen Hang zum Schritt ins, oder zum Salto-Mortale ins, ja eben auch nicht in den Abgrund, sondern ich meine, da war ich irgendwie 35. Und da war es mir schon auch klar, wenn das jetzt nicht klappt, dann nach zwei Jahren kann ich das auch wieder zumachen. Und da kriege ich schon auch einen anderen Job noch nicht. Das hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass das jetzt ein supergroßes Risiko ist. Und da muss man es einfach mal machen. Ich meine, das ist so ein Phänomen, das habe ich immer wieder auch beobachtet, dass eben viele Angestellte sagen, na ja, wenn ich das hier machen würde, den Laden, dann würde ich das ganz anders machen und viel besser und so. Und da muss man es halt irgendwann auch machen und nicht immer nur darüber reden. Das ist ein ganz wahrer Punkt. Und ich bin ja heute in meinem richtigen Leben außerhalb der Podcast-Welt genau damit beschäftigt, sowohl jungen als auch etablierten Fondsmanagern zu helfen, diesen Schritt in dem Fall eben zu Squadforce zu gehen. Und also das ist schon auch spannend, diese, die Jungen, das sehe ich immer, die wollen und die haben auch die Ideen. Und bei den Etablierten, die könnten, aber die tun sich viel schwerer, eben das, was schon da ist, da ist hinter sich zu lassen. Und genau wie du sagst, also wenn ich dann mit denen da sitze und du nimmst das weiße Blatt Papier und du schreibst das auf, ja, natürlich ist es ein Risiko, weil dein Gehalt weg ist, aber es braucht nicht so viel, um erfolgreich zu sein. Und du hast das eben mit dem Bierdeckel gesagt. Ich finde das spannend, weil ich hatte für mich die Frage, konntest du dir damals, als du den Bierdeckel genommen hast, konntest du dir vorstellen, wie lange es dauern würde, bis es wirklich groß und erfolgreich ist? Oder hast du damals einfach für dich gesagt, ja, was mache ich, wenn es nicht klappt? Also welches war der Blickwinkel, den du auf euren heutigen Laden damals hattest? Also ich habe da keinen Plan gehabt, in dem Sinne so, ich möchte mal eine Milliarde verwalten oder zwei oder drei. Das war nicht der Plan. Der Plan war einfach, was Eigenes zu machen. und das irgendwie gut zu machen. Und dann kam da halt ein gewisser Optimismus dazu, dass dann eben auch das erfolgreich wird. Aber was du sagst, ist eben genau der Punkt. Die meisten hemmt eben dieser Verzicht auf das feste Gehalt. Das ist ein riesiger Hemmschuh. Und die schauen halt im Grunde eben auf die nächsten zwei, drei Jahre. Also in meinem ersten Jahr als Selbstständiger habe ich 12.000 Euro verdient. Steuerfrei. Das hilft ja, wenn München immer noch nicht weit. Das hilft ja, wenn München immer noch nicht weit. Das hilft mit Frau und drei Kindern immer noch nicht sehr weit, die 12.000 Euro vor und nach steuern. Klar ist das, war das irgendwie nicht sehr viel und im Zweifelsfall ist Verona auch mal ausgefallen in dem Jahr. Aber hinten raus wird es dann ja auch mehr, wenn es gut geht. Viele denken einfach halt in so einem Zeithorizont von ein, zwei, drei Jahren und sind dadurch halt irrsinnig gehemmt. Ja. Aber das sind dann vielleicht auch nicht die Unternehmertypen. Da gibt es bei Keynes, John Bennett Keynes beschreibt das eben sehr schön, dass eben der Unternehmer braucht halt diesen Animal Spirit, diesen Unternehmergeist, weil natürlich jede Investition und auch die Investition in sich selber als Unternehmer zahlt sich natürlich erst in zehn Jahren aus und weiß der Himmel, was in zehn Jahren ist. Das kann natürlich, wenn ich eine Fabrik baue, als Unternehmer, dann habe ich dann auch keinen Zeithorizont von drei Jahren, sondern von zehn, zwanzig Jahren. Und ob das dann gut geht oder nicht, da kann man viele Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen füllen. Es weiß doch kein Mensch, was in zehn Jahren ist. Und diesen Animal Spirit zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich mache jetzt erst mal. Das geht eben dann doch vielen. Ja, okay. Ganz oft diskutieren wir mit unseren Boutiquen speziell über den Namen eines Fonds. Da bin ich der Meinung, der Käufer sollte erkennen, was in der Fondhülle steckt. Dein Fond heißt Phaidros. Was steckt dahinter? Und war das eine kluge Entscheidung, den Fond so zu nennen? Ich könnte mir vorstellen, und das erzähle ich, das ist eine kleine Anekdote. Ich war mit den Produkten von Flossbach von Storch immer in Italien unterwegs und habe dann Flosse Bache von der Storche und alles gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass du regelmäßig auch die Hände über den Kopf zusammenschlägst, einfach wenn es nur zur Aussprache deines Produktes kommt. Was hat dich damals bewegt, den Namen zu wählen? Ja, das musste relativ schnell gehen mit dieser Vorauflegung. Und ich gebe zu, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ich hatte so die Idee, na ja, ich benenne das nach irgendwas Griechischem, weil das passt zu meinem bildungsbürgerlichen Hintergrund. Und als Philosoph habe ich eben auch viele griechische Texte gelesen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die ganzen guten griechischen Namen sind alle schon besetzt. Also so Apollo oder Hector oder die ganzen Griechen aus der Odyssee und der Ilias waren also alle schon weg. Achilles, alle besetzt. Es gibt zu jedem Helden einen Fonds. Und dann bin ich eben ausgewichen auf die platonischen Dialoge. Und der Phaedros ist in der Tat ein schöner Dialog, den Platon geschrieben hat. Und war der Lieblingsdialog von Thomas Mann auch. Also Thomas Mann im Tod in Venedig schreibt da auch recht viel über diesen Dialog. Aber das fürchte ich, bringt, es ist kein echtes Verkaufsargument da draußen. Und insofern ist es ein bisschen schwierig. Und die Behörde in Luxemburg, die CSSF, hat natürlich auch gefragt, was sagt dem Anleger dieser Vorname. Und da habe ich dann sie eben verwiesen auf, genau, das Seelenmodell bei Platon, was eben hier also die Ratio und die Intuition zusammenbringt. Und dass das deswegen eben dem gebildeten Investor vollkommen klar ist, was da gemeint ist. Und das hat die gute CSSF dann glücklich gemacht. Ja, hervorragend. Ich hatte das Gefühl, die wollen da jetzt nicht weiterreden. Kann ich mir vorstellen. Ich habe sie wahrscheinlich zugetextet. Ja, schön. Auch da eine ganz kurze Anekdote. Ich habe ja gerade mit zwei früheren Kollegen eine neue GmbH gegründet, wo wir halt einen neuen Fonds auflegen. Und ich habe auch das Gefühl, also wir waren alle an dem Punkt, so, wir machen jetzt. Wir glauben an das, was wir machen. Aber die Namensfindung, also das war tatsächlich der längste Prozess, weil jede gute Idee in unserer Industrie tatsächlich definitiv verbraucht ist. Ja. Ja. Gut. Jetzt, Malte hat in der allerersten Sendung eine Frage gestellt, die ich bis jetzt immer wieder verarbeitet habe, weil ich die wirklich wertvoll und schön finde. Die spiele ich dir jetzt auch ein. Und dann haben wir unseren ersten Gast heute hier per WhatsApp. Ich gebe dir mal die Frage. Ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei, oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste. Also im Berufsleben ist das, ach, es war wahrscheinlich Christian Strenger bei der DWS, der mir einfach überhaupt die Gelegenheit, die Chance gegeben hat, in dieser Branche Fuß zu fassen. Das war nämlich nicht einfach. Ich hatte eben Philosophie und Mathematik studiert und erst ein Mathematik-Diplom gemacht, dann Philosophie-Promotion. Dann war ich als Visiting Fellow in Princeton, also habe da unterrichtet in den USA. Und das ist auch eine gute Uni, wie ich vielleicht dazu sagen sollte. Und aber ich habe nie ein einziges Praktikum gemacht in meinem irgendwie acht Jahre Philosophie-Studium und unterrichten. Und weil ich immer diese Horrorgeschichten gehört habe, dass eben man als Praktikant sitzt man rum, keiner braucht einen und niemand interessiert sich und verschwendete Zeit. Und dann habe ich das eben irgendwie auch nicht gemacht. Und dann musste ich eben irgendwo einen Berufseinstieg finden, weil ich war jung und brauchte das Geld. Und habe mich halt überall beworben und auch bei Unternehmensberatung oder bei Zeitungen als Journalist. Und das ist ja alles offen, wenn man eben solche Fächer studiert hat, ist man für alles und auch für nichts qualifiziert. Und das war eben damals, Christian Strenger hieß er, der war eben bei der DWS. Und der hat damals mir einfach die Gelegenheit gegeben, in den Beruf einzusteigen, obwohl ich eben keinerlei Qualifikation mitgebracht habe. Aber der hat eben da durchgeschaut. Der hat eben gesagt, okay, das ist kein gerader Lebenslauf, das ist ein bisschen schräg, aber der kann unserer Firma vielleicht trotzdem guttun. Und von einem anderen Blickwinkel kommen. Und weil er einfach in einen anderen Blickwinkel kommt. Und ich muss sagen, ich habe das hier auch in meiner Firma heute, habe ich auch sehr gerne eben Leute, die einen anderen Hintergrund haben als alle anderen. Und wenn eben da so ein Raum ist, wo eben alle an derselben Uni BWL studiert haben, das ist nicht immer so, dass das dann prickelnd ist. Und in diesem Sinne geht sozusagen der Dank auch auf diesem Wege nochmal Christian Strenger, DWS damals. Okay. Kommen wir zum Thema Wein oder eine der ersten Fragen zum Thema Wein heute. Was ist denn deine persönlich verrückteste Geschichte oder die Geschichte, die dir am meisten im Kopf hängen geblieben ist zum Thema Wein? Also neben diesen ersten Gehversuchen, damals in Exeter war das in England, ist das wahrscheinlich ein langes Gespräch, was ich mal mit einem Winzer hatte, ist gar nicht so ewig her, der was Interessantes gesagt hat zum Thema eben Marketing. Der hat gesagt, naja, ich hatte eben lange Jahre einen ziemlich schlechten Kellermeister und dieser Wein wurde einfach schlecht ausgebaut und er war einfach nicht gut. Unser Wein war nicht gut. Aber er wurde trotzdem noch gekauft, weil eben die Leute, weil wir eben damit, mit unserer Marke und mit unserem Weingut ist einfach ein guter Wein assoziiert worden. Und dann hatten wir einfach fünf Jahre einfach ein Loch. Es war einfach nicht gut. Aber er ist trotzdem weiter gekauft worden und mittlerweile ist es neuer Kellermeister und jetzt ist er auch wieder von seinem Wein überzeugt und jetzt ist alles wieder gut. Aber das fand ich doch eben faszinierend. Man kann eben auch einen Wein trinken und ihn eben, wenn man dran glaubt, dann schmeckt er wahrscheinlich auch gut. Und da sind wir wieder bei diesem Technik-Argument. Ja, der Kellermeister hat eben wahrscheinlich die Technik nicht so im Griff gehabt. Aber das Geschmacksurteil ist eben ein anderes. Es schmeckt dann trotzdem den Leuten. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Restaurants, an den Tischen neben anschaue, dass eben ganz oft Menschen einen Namen, ob das jetzt der Winzer oder ein Wein ist, kaufen, oft für viel zu viel Geld. Wo ich sage, wenn ich ein Barolo heute trinke, ist jetzt kein Winzer, sondern ist eben eine Weinart, der von 2018 oder 2017 ist, dann wird der teuer sein, aber ist auf jeden Fall zu jung. Aber die Leute sagen, oh, ich trinke ein Barolo oder ein Brunello und deswegen muss der gut sein. Und ja, so kann ich, aber das kann gut sein, wenn das für ein Weingut so funktioniert. In anderen Branchen funktioniert das vielleicht nicht so. Genau, das ist eben, und ich meine, mit Bordeaux ist es natürlich auch so, dass die müssen natürlich alle sehr, sehr lange liegen. Aber das hat natürlich der, der Winzer will die nicht auf dem Hof haben, wenn er es abgefüllt hat. Genau. Nach zwei Jahren oder so im Fass, will er es natürlich auch vom Hof haben. Und dann liegt es im Restaurant und das Restaurant will die natürlich auch weiterbringen irgendwie. und dann kommt so etwas zustande. Also mir hat ein älterer Herr mal beigebracht, wenn ich im Restaurant die Weine alle nicht kenne und das kommt schon mal vor, dann soll ich eben von der Traube, die ich gern habe, einfach den zweitbilligsten nehmen. Nicht den allerbilligsten, das kann schon auch mal schief gehen, aber den zweitbilligsten. Und also definitiv eher bei den Preisen von unten nach oben gehen, als von oben nach unten. Das ist natürlich, da gibt es diesen schönen Begriff des Geltungskonsums. Das ist natürlich, im Wein gibt es das natürlich auch. Ich kaufe die größte Flasche und den teuersten Wein und so. Ich bin ein toller Hecht und schaut her, was ich kann. Und da rat jener ältere Herr, der ein Kenner war, doch eher davon ab. Ich kann das über mich definitiv sagen. Ich bin ja, ich arbeite ja im Vertrieb, das heißt, ich bin kein Investor. Wenn ich Wein trinke im Restaurant, bin ich Benjamin Graham. Ich bin der größte Value-Investor, den ich immer nach dem Schatz auf der Karte suche und keinen Bock habe, High-End-Growth-Titel zu bezahlen. Genau. Ganz einfach. Georg, jetzt haben wir letztes Jahr gemeinsam, quasi gemeinsam, AIDA in Verona gesehen. Ich habe das damals von meinem Schatz zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Für mich war das ein unvergessliches und auch ein erstes Mal, dieses Wochenende bei traumhaftem Wetter, Gupenweim, wunderbaren Essen und dann eben dieses Wahnsinnserlebnis in der Arena zu Verona. Jetzt hast du schon erzählt, wie du dazu gekommen bist. Nun weiß ich, dass du das seit vielen Jahren, jedes Jahr machst. Danke der Tante, die es damals, Großtante, die es damals gab. Und natürlich ist auch Verona eine Reise wert. Und ich verstehe, dass du das jetzt auch bewahrst und mit deinen Kindern zu sie denn wollen, dass du die Tante für die Kinder spielst. Finde ich auch schön. Aber was gibt dir die Arena und der Besuch von Opern im Allgemeinen? Und dann vielleicht auch direkt angeschlossen, bist du Fan von Opern in Verona oder besuchst du auch andere Opernhäuser? Also, in Verona ist es natürlich eben diese Package, die du beschrieben hast. Es ist eben das Wetter, es ist dieses Italien, es ist und das Essen und man kann dann eben, wir sind da eben immer ein paar Tage, wir gehen halt in zwei oder drei Opern und dann kann man eben tagsüber auch was machen in der Gegend, rausfahren oder auch in der Stadt einfach rumschlendern. Und das ist, also dieser Ritus hat einfach, ja, es ist auch irgendwo so ein Fixpunkt im Jahresablauf. Hat nicht ganz den Stellenwert von Weihnachten, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Es ist ein Fixpunkt und es sind eben so drei Tage, wo man mal eben, ja, auch was mit dem Kopf mit anderen Dingen einfach dann sich befüllt. Und ich meine, die Oper, das ist natürlich immer Verdi, das ist jetzt, obwohl die gute Musik und gute Sänger auch haben, also ich habe da Placido Domingo gehört, ich habe da Pavarotti gehört, also das ist jetzt nicht so, dass da eben schwachbrüstige Leute hinkommen, weil so eine Arena muss man natürlich auch erstmal füllen und mit der Stimme und naja, also das es ist eben in Verona ist das eben dieses dieses Paket und von München aus ist es ja auch relativ leicht zu erreichen. München mag nicht die schönste Stadt Deutschlands sein, aber aber jedenfalls ist es die nördlichste Stadt Italien. Das kann man schon mal festhalten. Und ich habe in der Tat auch ein Abo hier in der München-Europa und was eine gute Sache ist, heute Abend oder morgen Abend gehe ich zu Franz von Lehar in die Guidita in die Oper. Aber sagen wir so, es ist es ist ja immer die große Scheidung innerhalb der Opern-Community, bist du auf der Wagner-Linie oder auf der Verdi-Linie und da bin ich doch eher beim Italiener. Ich habe es einfach wahnsinnig gern, diesen Belcanto und diese schmalzigen Arien und das irgendwie spricht den Italienern mir an. Was ist deine Lieblingsaufführung? Hast du eine, wo du sagst immer wieder das war's oder die will ich wieder? Also in Verona ist natürlich Nabucco ist natürlich also neben der AIDA ist eben auch Nabucco eine ganz große Nummer, weil da gibt es diesen Gefangenenchor und da der eben für die Italiener eben eine sehr große Rolle spielt, das ist so die zweite Nationalhymne. Das Tollste, was ich je gesehen habe in Verona und das habe ich dann auch nochmal in New York in der Metropolitan Opera gehört, war tatsächlich Othello. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsoper auf Verdi und das hat mich aus irgendwelchen Gründen bin jetzt auch kein Musikexperte, hat mich das irgendwie dann doch von allen Opern am meisten berührt. Bei Andrea und bei mir war das definitiv so, also mal davon abgesehen, dass wir eh absolut Italofien sind, das war so ein unglaubliches Ereignis letztes Jahr, also das, wir versuchen das auch zu einem Fixpunkt im Jahr zu machen, weil genau wie du das beschrieben hast, wir hatten nur eine Vorstellung über diese drei oder vier Tage, die wir dann auch in Verona waren, ich war vorher schon in Verona, ich hatte überhaupt nicht am Schirm, wie unglaublich schön die Stadt ist und natürlich der Gardasee ist vor der Tür, das Valpolicella ist, also das ist schon auch aus Köln, man fliegt da ganz gemütlich hin, hat drei Flughäfen außenrum, das funktioniert schon ganz gut und das ist einfach ein Erlebnis, wirklich ein Erlebnis. Volker Schilling hat ebenfalls eine Frage, die ich jetzt schon ein paar Mal verwendet habe, die ich aber wertvoll finde und auch da bin ich auf deine Antwort gespannt. Also dein nächster Gast wäre immer es auch sein möge, von dem möchte ich wissen, was war einer seiner großen Fehler, es muss nicht der größte sein, aber einer seiner großen Fehler, die er zu dem Zeitpunkt des Fehlers ihm unheimlich vielleicht wehgetan haben oder er sie bereut hat auch, aber sich später herausgestellt hat, dass dieser Fehler vielleicht ganz, ganz wichtig war auch für sein Leben oder für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche Weggabelungen. Das ist natürlich in der Tat eine sehr private Frage, dass, ich meine, die, ja, da müsste man jetzt mal wirklich in sich gehen, ich meine, es gibt natürlich Fehler eben bei gewissen, also Unternehmen, bei gewissen Personalentscheidungen, aber da ist das hier jetzt auch nicht das Forum, die zu diskutieren, wo ich einfach auch auch nicht sehr gut bin. Das ist, ich bin ja eher so ein Büchermensch und als Mathematiker ist man da eben dann auch schnell überfordert eben mit diesen Dingen. Ich habe einige sehr gute Personalentscheidungen getroffen, andere waren eben, ja, einfach auch dumm. und was eben die Weggabelungen, so die großen Weggabelungen in meinem Leben, die habe ich, glaube ich, im Wesentlichen gut erwischt. Also ich habe eine wunderbare Frau, ich habe, die Kinder sind irgendwie, soweit ich weiß, wenn sie mit mir reden, machen sie eigentlich einen ganz normalen Eindruck und ganz zufrieden und ich habe immer wahnsinnig viel Glück im Leben gehabt. Das ist, und das gehört eben irgendwie auch dazu, also vieles kann man ja schlicht nicht beeinflussen und insofern habe ich da einfach, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, so jetzt läuft es in die Richtung, hatte ich häufig das Glück oder meistens das Glück, dass das dann eben auch gut rausgekommen ist, aber als, das ist sozusagen die Ebene als Mensch, als Fondsmanager, macht man natürlich andauernd irgendwelche Entscheidungen, die eben dann auch man manchmal recht schnell auch bereut. Das gehört eben dazu, dass man eben da eine gewisse Demut sich auch erhält und eben nicht glaubt, dass man es eben immer auch die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass es nur die eine Aktie gibt und ich weiß nicht was, also da da hat man natürlich da gibt es eine ganze Latte, die ich jetzt aufzählen kann, aber das wäre dann irgendwann auch ermüdend. Das finde ich, da würde ich gerne darauf eingehen, weil ich in jüngster Vergangenheit, jetzt haben wir mit dem Jahr 2022 eines der schlimmsten Börsenjahre überhaupt erlebt und ich mache selber sehr viel auf LinkedIn, ich lese sehr viel auf LinkedIn und ich finde, und das hat vielleicht auch wieder was mit Social Media zu tun, dass es unglaublich ist, wie schnell man einfach abgestraft wird. Niemand behauptet, dass man über Wasser oder die wenigsten behaupten von sich, dass sie über Wasser gehen können. Ich würde sagen, ich kenne auch andere Fälle, aber ich würde sagen, die wenigsten behaupten, dass sie über Wasser gehen können und wenn man fünf, sechs Jahre lang einfach vieles richtig gemacht hat, gut gemacht hat und man ein schwieriges Viertel oder ein schwieriges halbes Jahr hat, wie schnell man da Gegenwind bekommt, finde ich unglaublich und ich bin immer wieder verwundert, deswegen nehme ich den Ball auch gerne auf, alle reden immer davon, wenn man in Fonds investiert, das muss man langfristig sehen und in der Langfristigkeit ist ein Viertel oder ein halbes Jahr, was nicht gut gelaufen ist, normalerweise total nebensächlich. Natürlich muss man im Blick haben, dauert das halbe Jahr auf einmal ein Dreivierteljahr, dauert es ein Jahr und dauert es zwei Jahre, ja, dann muss man irgendwann den Stecker ziehen, aber ich habe das Gefühl, dass auch unsere Vorwelt immer kurzfristiger getaktet ist, schwer nachzuvollziehen und ich finde das schön, dass es eben ein paar bei uns in der Industrie gibt, die auch das und ich habe oben davon gesprochen, dass du ganz oft zitiert wirst in den Berichten, die du schreibst, du bist schon jemand, der auch diese Langfristigkeit immer rausstellt und das finde ich einfach, ich finde das wertvoll, ich finde das wichtig, weil das ist das Einzige, was einem Retail-Investor eigentlich hilft, langfristig Performance zu machen, weil hin und her funktioniert eben nicht und eine kluge Anlageentscheidung zahlt sich aus on the long run und nicht, weil man kurzfristig dabei ist. Genau, also hin und her macht Tasche leer, aber eben, wo du das letzte Jahr ansprichst, da hatten wir eben auch ein ziemlich bescheidenes erstes Halbjahr, seither läuft es wieder, aber das hat mich eben dann auch persönlich irgendwo getroffen, weil ich habe nun im Jahr 2021 ein Buch über die Inflationszeit in Deutschland vor 100 Jahren geschrieben und da steht im Grunde alles zu dem Inflation und dann kommt sie unter meiner Nase oder unter unserer aller Nase und ich habe eben trotzdem genauso lange wie alle anderen gebraucht, um zu kapieren, dass hier jetzt eben der Hase anders läuft und das zum Beispiel die Zeitenwende nicht, das ist manche reden nur drüber, aber es ist das hat mich eben einfach im Nachhinein auch persönlich angegriffen, muss ich sagen, Mensch, jetzt hast du dich so lange damit beschäftigt und dann kapierst du es trotzdem nicht oder nur durchschnittlich schnell oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger schnell, weil ich natürlich auch das ernst nehme mit diesem langfristigen Denken, dass ich eben schon auch schaue, dass ich meine Investitionen und Positionen auch lange halte, also ich drehe nicht sehr viel im Portfolio bemühe mich da auch nicht jedem Impuls natürlich nachzugeben, was in der Regel falsch ist, aber manchmal ist es dann eben doch richtig und das war eben letztes Jahr so eine Situation, da hätte man eben im Grunde komplett das Portfolio umkrempeln müssen, im Grunde hat nur Cash funktioniert als Asset-Klasse, also Aktien haben nicht funktioniert, Anleihen haben nicht funktioniert, Gold war auch nicht doll, also eigentlich war es Cash, aber das kann man auch wissen, wenn man eben die Inflation studiert hat, so wie ich, aber da fällt es dann eben manchmal eben doch auseinander eben das Wissen und das Handeln. Das war eben so ein blöder Moment. Du hast eben Bücher angesprochen angesprochen oder das Buch zum Thema Inflation. Georg, du hast diverse Bücher geschrieben, ich gehe davon aus, wer gerne schreibt, der liest auch gerne. Ich habe das hier immer gemacht, weil für mich ist Wein und Lesen, kannst das hier hinter mir sehen, da steht ein Riesenbücherregal, das gehört zusammen. Meine Gäste sind immer herzlich eingeladen, eine Buchempfehlung auszusprechen. In deinem Fall würde ich mich tatsächlich freuen, sowohl ein Sachbuch als auch einen Roman zu hören, den du empfehlen würdest. Ja, also der Roman ist das tollste Buch, was ich je gelesen habe. Es ist Krieg und Frieden von Tolstoi. Ich muss das jetzt auch mal wieder lesen. Eben das Russland-Bild hat sich ja doch so etwas gewandelt in den letzten zwölf Monaten. Und ich muss das einfach nochmal reinschauen, wie das eben mit Krieg und Frieden in Russland so ist. Aber es ist einfach ein Buch, was den ganzen Kosmos irgendwie abdeckt. Da steht alles drin, da steht alles über Liebe drin, da steht alles über den Krieg drin, es steht alles über wirtschaftliche Dinge, das sitzen die Leute eben immer in Sankt Petersburg und fragen sich, warum die Güter, die irgendwo in Sibirien sind, nicht funktionieren und so und sind aber zu faul, um hinzufahren und die Arme hochzukrempeln und all diese Dinge stehen da drin und das ist ganz fantastisch. Sachbuch, ich meine branchenspezifisch haben wir, sind Bücher, die mir sehr viel gegeben haben, Investmentbücher ist hier Seth Klarmann Margin of Safety und von Howard Marks Mastering the Market Cycle, das ist auch sehr gut, wie ich überhaupt es eben einfach sehr empfehlen kann, nicht nur Bücher zu schreiben, sondern eben Bücher zu lesen, weil wenn man eben immer nur kurze Texte die Zusammenfassungen Investmentberichte und ich weiß nicht was oder auch vom Analysten irgendwie die Sachen, es ist nie sozusagen so, man beschäftigt sich einfach selber im Kopf nie so damit, wie wenn man eben mal ein ganzes Buch über was liest. Die Bilder kommen anders. Und es kommt eben ganz anders und deswegen lese ich auch tatsächlich gerne die Quartalsberichte von Unternehmen im Original, was schreibt der Vorstand über das abgelaufene Quartal und eben nicht immer durch den Filter dessen, was schreibt morgen Stanley oder die Deutsche Bank darüber. Erstmal schreiben dieses da eh alle nur ab und aus dem Quartalsbericht dann kann man auch das Original lesen und von daher ist das lese ich tatsächlich auch gerne Bücher aus diesem aus unserem Bereich und von daher ja die beiden sind es eigentlich die mir am meisten gebracht haben. So jetzt wird es spannend. Ich habe etwas gefunden da steht dein Name im Zusammenhang mit einer Diskriminierung. Kannst du dir vorstellen worum es geht? Und da ich ein Schmunzeln habe kannst du dir vorstellen es wird eher was lustiges kannst du dir vorstellen worum es geht? Ich habe keine Ahnung aber du hast es tatsächlich vorhin schon angesprochen habe ich gedacht oh das beult mir meine Story du spielst immer noch Basketball beim MTSV Schwabing die Mannschaft für die du spielst ist die Freizeit Basketball Mannschaft früher hieß das die Altherren Mannschaft dies wurde aber wegen Diskriminierung eben umbenannt korrekt ja das ist korrekt ja du bist immer noch richtig aktiv bei deiner Größe klar jetzt habe ich die Frage klappt da auch noch ein sauberer Dunking oder sogar ein Aliob nein das klappt natürlich nicht mehr der der Ranzen den ich mittlerweile mit mir trage leider kein Freund der Schwerkraft nein das die Diskriminierung geht da noch weiter weil der MTSV Schwamige steht für Männer Turn- und Sportverein und das wurde natürlich auch irgendwann geändert ich glaube in Münchener Turn- und Sportverein aber das war ursprünglich war es bei dem Sportverein und da in der Altherren Mannschaft das ist in der Tat etwas aus der Zeit gefallen zumal eben durchaus auch Frauen mitspielen in dieser Freizeit-Basketball Truppe und das ist immer sehr schön weil es eben ohne Ehrgeiz ist also man will schon seinen Punkt auch mal machen aber wenn jemand irgendwie einen unglaublichen Zug zum Tor zum Korb hat dann lässt man ihn auch gerne mal passieren weil der oberste Grundsatz in unserer Generation ist dann eben man will sich halt nicht verletzen das könnte ich jetzt einfach nicht brauchen ein verdrehtes Knie weil in unserem Alter dauert das einfach acht Jahre bis Skifahren vorbei und dann ist es vorbei und ich will mir einfach nichts tun und Du Du hast Du hast eben den Ranzen angesprochen also dann kommen wir jetzt zu einer Wein Rubrik Ich nenne dir vier Gelegenheiten und du sagst mir mit wem du dabei was trinken würdest du musst nicht Wein nennen wenn du sagst das ist was dann machen wir was anderes ist das natürlich auch legitim und wenn du sagst es ist Wasser ist es Wasser Du sitzt in einer lauen Frühlingsnacht im Englischen Garten Da trinke ich sehr gerne auch mal einen Rotwein Mit wem würdest du das machen? Mit Christian Uden unserem Altbürgermeister der daneben auch noch Poet und sehr lustiger Mensch war Montag 20 Uhr immer noch im Büro und kein Ende in Sicht Da verbietet sich der Whisky dann wahrscheinlich eher eine Cola um wach zu bleiben Einer deiner Werte im Portfolio geht absolut steil durch die Decke Da trinken wir dann tatsächlich Wasser weil das sollte einen alles misstrauisch machen und die dass ich selber auf die Schulter klopfen muss eben dann auch irgendwann ein Ende haben und das lehrt die Erfahrung dass sobald der Champagner ausgepackt wird man es am nächsten Tag bereut Nach der Oper in Verona Nach der Oper in Verona ist es definitiv auch ein Rotwein Okay Wahrscheinlich eben ein Barodo Okay Wenn ich schon jemand aus München hier in meinem Podcast habe und ich habe oben ja gesagt man munkel du wärst FC Bayern sympathisant müssen wir natürlich auch über das ganze Theater was es jüngst wieder beim FC Bayern gab sprechen Wie nimmst du das wahr und ist der FC Hollywood wieder zurück Also das Spiel gegen Paris Saint-Germain hat zu den schönsten Hoffnungen Anlass gegeben obwohl es recht knapp war also ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel weil die Herren aus Paris haben ja doch ein gewisses Kaliber und wollen glaube ich auch weiterkommen Also das ist ich muss zu meiner Verteidigung sagen ich bin also ein geborener Bayern Fan weil ich bin im Münchner Norden geboren und aufgewachsen und das ist einfach FC Bayern Country Wäre ich im Münchner Süden geboren und aufgewachsen dann wäre ich wahrscheinlich 1860 Fan 1860 ist übrigens ein Verein mit hohem Unterhaltungswert den ich auch durchaus erfolge in der dritten Liga und manchmal finde ich einfach auch sehne ich mich so etwas in die dritte Liga weil da geht es irgendwie noch ehrlich zu Andererseits muss man sagen in der ersten Liga und in der Champions League wird einfach sehr guter Fußball gespielt und es macht dann einfach auch großen Spaß diesen sehr guten Spielern zum Zuschauen und also der FC Bayern ist ich glaube nicht dass er wirklich zurück ist ich glaube auch nicht dass die Champions League gewinnen also diese sehr dominante Phase als Müllers und so ihre beste Zeit haben das sehe ich so nicht mehr ich freue mich dass in der Bundesliga einfach es wieder echt spannend ist und natürlich gerade so Union Berlin was die für einen Lauf haben das ist schon toll und irgendwo der Sozialist in mir freut sich dann natürlich auch immer wenn eben Vereine mit kleinem Budget eben zeigen es geht auch so und dass eben nicht nur Geld Tore schießt Geld schießt schon auch Tore aber eben nicht nur Ich wette Jahr für Jahr mit dem alten Kollegen von Flossbach von Storch um eine Pizza dass die Bayern nicht Meister werden und dass es Dortmund wird ich muss zugeben ich würde mich dieses Jahr noch viel mehr freuen wenn wir ein Lester in Berlin hätten und das passieren würde wahrscheinlich passiert es nicht aber alleine dass wir darüber sprechen macht so viel Spaß und macht den Sport so viel schöner als wenn die Bayern um die Zeit schon 20 Punkte Vorsprung haben deswegen ja bevor wir jetzt zum Ende kommen jetzt geht es dann wirklich richtig um dich kommen wir zur Rubrik Poesie Album oder Freunde Buch mir ist es wichtig dass du jetzt ganz schnell antwortest nicht politisch sondern wirklich so wie du es fühlst Lieblingsland Frankreich Lieblingswein Riesling Lieblingsessen Spaghetti Volleklig Blutwurst das kann ich nachvollziehen Vollpeinlich Das ist zu schwer die Frage kann ich das bitte verspringen Was möchtest du noch erleben Ich möchte ich möchte mal nach Japan fahren Das ist so ein Ziel was ich irgendwie habe einmal nach Japan Für wen würdest du gerne mal kochen Ich für dich nehme ich gerne an nehme ich gerne an Sehr schön Wo möchtest du unbedingt noch hinreisen Japan habe ich verstanden Okay Wenn du Uli Hoeneß wärst was würdest du dann jetzt tun Ich würde wahrscheinlich am Tegernsee an meinem Oldtimer schrauben Okay Wenn du eine Frau wärst oder welche Frau wärst du gerne mal Ich wäre gerne Emmy Noether gewesen Emmy Noether ist die Bedeutungs Mathematikerin im 20. Jahrhundert gewesen und das war einfach eine tolle Frau die war einfach die intelligenteste Frau überhaupt weit und breit und war dann so Snobby dass sie hat also über Symmetrien gearbeitet und habe dann auch das auf Physik angewandt weil in der physikalischen Welt gibt es eben auch sehr viele Symmetrien und dann hat sie eben in einer längeren Arbeit auch mal geschrieben also kurz nachdem Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hat die allgemeine hat sie dann eben was zur Symmetrie veröffentlicht und hat gesagt naja in der Fußnote hat sie gesagt ja also Einstein und seine Relativitätstheorie das ist eben eigentlich eine Fußnote zu meiner Arbeit was eine schöne Antwort und das muss man erstmal hinkriegen was man sagt Einstein ist so eine Fußnote für mich würdest du sagen du wärst sie gerne mal einen Tag oder würdest du sagen wenn ich die Chance hätte mit ihr zu tauschen das hätte ich gemacht ich würde mit ihr tauschen weil sie eben diese ganzen Leute auch kennengelernt hat die Heisenbergs und Einsteins und und dann eben auch in Princeton war und also tolle Frau Weißwurst oder Haxen Weißwurst Roher Kloß oder Semmelknödel Semmelknödel Weißbier oder ein helles Weißbier Oh Fußball oder Basketball Ah schwer Basketball Weinzelt oder Schoppenhammel Weinzelt weil der Wirt vom Weißelt ist ein alter Freund von mir mit dem bin ich schon in die Schule gegangen da kann ich nicht anders Jetzt bin ich tatsächlich gespannt weil ich so zwei, drei unterschiedliche Tendenzen heute hatte Weißwein oder Rotwein Weißwein Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt einen Wein zu trinken Es ist am Ende doch abends also nicht unbedingt zum Essen aber gerne auch nach dem Essen noch hinsetzen idealerweise am Kamin noch noch ja der Nachklang zum Essen Sehr gut Georg jetzt kommt ein Teil den ich für dich mache in der Zwischenzeit kannst du dir schon eine Frage für einen der nächsten Gäste überlegen Nachdem ich in der letzten Sendung mit Frank Thelen damit begonnen habe keine Weinempfehlungen mehr auszusprechen sondern das Weingut oder den Wein zu finden welches am besten zu meinem Gast passt möchte ich dies auch bei dir versuchen War es bei Frank Thelen das Weingut von Volksem von der Saar wegen seiner unglaublichen Innovationskraft möchte ich dir das Weingut Weingut Allegrini in Fumane vorstellen es liegt im Valpolicella und damit vor den Türen von Verona der berühmteste Wein ist der Amarone della Valpolicella ein Wein dem wirklich eine Philosophie zugrunde liegt die Trauben werden bis zu vier Monaten getrocknet sodass sie bis zu 50% ihrer Flüssigkeit verlieren und eine Konsistenz ähnlich einer Rosine aufweisen danach wandern die Corvina Trauben sowohl in den Stahltank dann auf große Holzfässer um anschließend in die hochwertigsten Barrickfässer überhaupt zu kommen für viele ist der Amarone Wein die Königin unter den italienischen Wein mich und deswegen passt das für mich so gut zu dir fasziniert die Philosophie und das Handwerk hinter diesem Wein ich hoffe das wird dir gerecht weil ich habe mir das ausgedacht wenn ich sehe und ich lese viel was ihr macht wie ihr das macht ich hatte das Gefühl wenn du einen Wein machen würdest hätte Amarone eine gute Chance aus deinen Händen zu kommen wenn ich sehe wie ihr Portfolio Management macht wie ihr das alles aufarbeitet wie ihr den Investor mitnimmt ich dachte das passt deswegen nehme ich gerne so mit das klingt super und spätestens in Verona beim nächsten Mal fahre ich da vorbei das ist tatsächlich auch ein total schönes Weingut und ist es wert besucht zu werden ja das ist ja immer schön diese Weingüter auch eben mal zu sehen und wo es herkommt und auch letztlich was für ein Typ die Winzer sind das ist ja auch immer übersetzt sich dann ja auch immer in die Qualität der Arbeit ich habe das ja in einer meiner Kolumnen mal geschrieben irgendwann bin ich dazu übergegangen auch wenn das bedeutet dass du manche Weine eben nicht zu Hause hast ich kaufe nur noch vor Ort ich möchte dem Winzer in die Augen schauen und sehen wie er mir mit welcher Inbrunst er mir sein Wein verkauft und ob ihm das lästig ist und oder ob ihm das Spaß macht ja ja dann lieber Georg ganz ganz herzlichen Dank dass du hier mitgemacht hast sehr gerne und ja jetzt deine Frage für einen meiner nächsten Gäste ja die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung und zwar lieber nächster Gast welches Buch möchtest du schreiben das ist spannend möchtest du schreiben sehr gut ja lesen ist einfach das lesen kann jeder möchtest du schreiben das herzlichen Dank die Frage wird ganz sicherlich öfter verarbeitet werden das finde ich tatsächlich sehr gut weil richtig lesen kann jeder ich weiß ich hatte mir ja als ich gesagt habe als ich bei Flossbach aufgehört habe war ich ja auch der Meinung ich würde gerne ein Buch schreiben jetzt sind es Kolumnen geworden ich habe mehrfach mit dem Thema Buch angefangen hier liegt neben mir liegt ein Moleskine wo zumindest ein Skript drin ist aber über das Skript bin ich nicht hinausgekommen und die Frage finde ich sehr spannend weil ich auch nicht glaube dass sich jeder damit schon beschäftigt hat ob er überhaupt ein Buch schreiben möchte ja das heißt man muss einen Baum pflanzen ein Haus bauen und ein Buch schreiben die Gefahr ist dass dann alle chat gbt verwenden und sagen schreibe ein Buch gut dann also herzlichen Dank mir hat super Spaß gemacht ihr auch vielen Dank ich hoffe dass unsere Gäste heute auch das mitgenommen haben was unser Ziel war und wenn das so war dann bitte ich wieder alle darum weiterempfehlen liken auf allen Foren die fünf Sterne geben wie auch immer das hilft uns und ja ich würde mich freuen wenn alle auch in Zukunft wieder rein hören wenn es heißt hol den Wein es geht um dich Oliver vielen Dank es war mir eine große Freude und ich komme auf die Essenseinladung zurück Dankeschön also ciao risikohinweis Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte Was du mit deinem Geld machst entscheidest alleine du